Liebesbriefe, das war doch eine eigene Kultur. Heute ist das Ettaus die Offen, oder man schreibt es in E-Mails oder wie das zeigen, was es heißt. Einen Liebesbrief habe ich gefunden, wo da vor Ort Kreuzen einer eine Freundin in einem Stecken drüben hat er einen herzzerreißenden Liebesbrief geschrieben, er ist eh nicht da, daran kann ich vorlesen. Der hat geschrieben, mein lieb Schatz, ich habe es so gerne, ich hole es von Himmel für die, olle Stern, ich komme zu dir über Felsen und he und bloß Fusse rein und ich kniere dir für den Schnee. Ich schwimme durch Donau und war es noch so kalt, ich schliefe in finsterer Nacht durch den dickesten Wald, ich gehe für die Lacher durch Feier und Glut und wenn ich bei dir war, war alles wieder gut. Ich rauf mit dem Teufel, sobald ich mir ging, am Donnerstag komme ich, außer es regnet.